so jetzt geht's weiter und wir haben gerade gestoppt meine festplatte war fast voll so was haben wir jetzt hier feines aber der Flammenwerfer ist so eigentlich schon gut oder? willst du ihn nicht nehmen? Ungerne obwohl wir können ja mal einen Spaß machen obwohl dann würde ich eher den anderen Bolter nehmen ganz ehrlich da ich nehm den anderen Bolter ja und wie aufrüsten alles in Gesundheit und in Nahkampfdings hier noch was 38 ey ich mach bei beiden einfach Reichweite kompromisslos und weißt du was wir jetzt machen wir geben jetzt erstmal hier einige dieser normalen überlegenen Servo Rüstung ab ach die sind dann ganz standard Servo Rüstungsdinger die hat weniger Rüstungswert als ne Stufe 5 grüne hier meine hier digga so die anderen lassen jetzt ach so die, die, die hast du Opfart ja ja ach so ja klar ah gut cool Taddeus kann jetzt, das ist gut das ist gut was ist das Terminatoren ihre hm nächstes Level dann ist er äh Eges des Zorns kann ich denn machen nach einem Sprung oder Teleport vorübergehend unverwundbar weiter Taddeus Hä ja wenn er also wenn er nach einmal gesprungen ist und er sich teleportiert, dann ist er für kurze Zeit unverwundbar mhm das ist es das ist super und wir reisen zum anderen Planeten jetzt wird dann hier so richtig gut Meridian schon wieder eine Katze Meridian befindet sich im Herzen des Subsektors Aurelia sieht gut aus mhm in den Städten leben Milliarden Milliarden die Fabriken und Schmieden sind Schlüssel zum Sieg über die Tyraniden unschädige jaja die Szene ist so geil, oder? wie die rauskommen, ne? hier jetzt ah so gut einfach zu lassen über das Meridian-Feld episch episch und vor allem Slow-Mo über zu die Baywatch-Wisse ja ja wenn er jetzt da noch so die Implantate wackeln kommandant willkommen im Orbit von Meridian mein Name ist Elena de Rosa und Gouverneur Vandes hat mich angehten ihre Verbindungsperson zu sein, während sie sich im System befinden dies ist nicht das Hinterland von Kalderis oder Typhon Kommandant eine gewisse Diskretion wäre also sehr wünschenswert es ist unerlässlich, dass wir den Zugang zu älteren Schmiede sichern wir sind Tyraniden, ja? mach mal alle platt und älter das stimmt die auch die Engelsschmiede ist doch die wichtigste Produktionseinrichtung im Sektor böse ist immer und überall ihre Nutzung unterliegt dem strengen Plan von Gouverneur Vandes und seinem Vertrauensrat Nichtsdestotrotz gibt es eventuell einen Weg ihnen speziellen Zugang zur Engelsschmiede zu ermöglichen Meridian ist in letzter Zeit mehrfach von Elda überfallen sie haben an Teilen unserer Kommunikationsinfrastruktur bereits erheblichen Schaden angerichtet die Streitkräfte der imperialen Armee auf Meridian die Phantomlorz sind lustig sie können sich nicht auch noch um die Elda kümmern wenn sie ihre Fachkenntnisse in solchen Anlagen oder ein Illumisar, der ist auch lustig der ist richtig nass glaubt Gouverneur Vandes ihnen eingeschränkt hast du Raketenwerfer dabei? nein der wird sich nicht nass ja, vielleicht ich habe Meridian bereits für die Karten verlassen aber dies ist ein typisches Verhalten wir haben überlegen ach, den kannst du auch nicht nehmen, oder? doch ich glaube ich weiß nicht, mal gucken wenn die Adeligen überhaupt eingestehen, dass es ein Problem gibt sie werden es bemerken, wenn der Himmel sich vor lauter Tyrannidensporen und Schwarmschiffen verdunkelt aber ist blöd, weil wenn der eklodiert und du hast ja deine Nahkampfleute, dann fliegen die erstmal überhaupt keine Tyrannidenaktivitäten auf Meridian glaub ich überhaupt keine Aktivitäten weiß ich nicht keine mutierten Pflanzen, kein abgeschlachtetes Vieh keine Veränderungen in der Atmosphäre nichts, was wir messen können überprüfen sie nochmal ihre Sensoren, Martellus Schwarmflotten ignorieren keine Welten, die auf ihrem Weg liegen warten auf Robbe na, da ist er ja, weil ich noch geguckt habe mhm so, willst du noch jetzt ändern, oder? n-n ne? hast du irgendwo, dann mach ich die Melderbombe rein, oder? bei Thaddeus hab ich hast du eine Melderbombe? machst du nur den mhm kommandant, die Elda scheinen Meridians Infrastruktur zerschlagen zu wollen sie haben gerade ein großes Kommunikationsfeld am Weg, das von den Adligen benutzt wird aus nahegelegenen Lagern wurden auch wertvolle Gegenstände entwendet ein schwerer Elda-Antigrafpanzer führt diese Angriffe an und die imperiale Armee war bisher nicht in der Lage, ihn zu stoppen und wenn diese Überfälle so weitergehen, wird die planetare Verteidigung bald ernste Probleme haben mhm, klar ne, Cyrus oder? äh, mit den Namen ist doch ja die Chance, ja ja, stimmt schon ich bin froh, dass mein Kommandant Agnist heißt und das weiß ich auch, dass es geht ach, unterstrich Mist ja äh, Arithus sieht auf dem Bild lustig aus die hatte nicht weiter Rüstung an, der sieht nachher auch so aus, wenn du die Rüstung an hast, die eine, glaub ich ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt mhm und die Kommandantenrüstung ist hier cool auf dem Bild Fahrten aufspieler na, ich kann ein schwarzes Bild hören ach so, ich jetzt auch denn ja, hab ich auch hm schwarzer Bildschirm vor dem Wind wachsam bleiben wir Eldar schlagen ohne Vorwarnung zu stürmt voran, Brüder stürmt, mach es kaputt zerstört es mach es kaputt wir sind wir sind die Kiste nicht kaputt die laufen denn und stellen sich davor sag ich doch sag ich doch sag ich doch ja genau, dann machen wir doch ich mich verarschen soll ich da eine Energiegranate reinhauen ja, schmeiß mal, vielleicht gehts dann die Kiste soll nicht genommen werden neuer Einsatz los guck, jetzt machen wir bei anderen Kistenmann sind auch alles richtig seh ich mach einen überraschenden Sprung oh wo ist nicht ach so, da um verdammt hundert viele Leos, das schaffst du Leos Leos schaffst du ja, er läuft mach ich den Generator kaputt dann ist ja so viel Energie wie er hat kannst du dann sozusagen die Lebenspunkte nehmen, das ist übrigens krass wenn der dann seinen Schutzschild hat ist mein Überkontinuerand irgendwie nicht bescheuert außerdem den Generator jetzt nicht bei mir leckt es so verzögert garantiert wird das Spiel oh, guck mal Stummsprung für dich bei mir leckt es grad ich wusste nicht, die Kiste zu sterben verzögert garantiert wird das Spiel ja, immer ich ja, ich kann's ja nicht sein ja ja, stimmt ich hab die bessere Leitung in deiner Verbindung und bessere Hardware jetzt hab ich's gesehen oh, der geht mal mit einfach Schnelltuch ich werde was wieso steht ein Avidus da oben ich wollte ihn grad vorziehen, aber doch nicht so die gute Idee jetzt, ne nee, die wurde einmal ziemlich schnell tot gemacht ja, von so ein paar Banschies nicht nur von den Banschies, weil es steht ohne Rolle geschützt äh, ich lebe ihn wieder alles klar Lauf doch Taddeus, dankeschön er hat's mal hingekriegt Taddel los, unterdrück die ja, mach Schwerfeuer ähm, jetzt komm doch du kannst gedanken, die sich sagt, mach Schwerfeuer und dann fickt es an ja, dann kommt das Feuer konzentrieren und dann macht er es macht er die Banschies nass ja, die haben Taddeus fast gewonnen hinter dir hä, wer die, die waren da, er war tot ah, das Zoom mal abkürzen kannst, weiß das ist gut, ne wow, kann man dann nehmen das oh, mein Gott ja Melderbombe Feuer Melderbombe nein, nein, hau bäm ach, mit zwei Melderbomben sind die down ne, der ist noch der Elisa ja, den kann aber noch nicht ist glaub ich gar keiner Felke na däm hab hier schon Sorgen gemacht oh 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 na egal mach ihn mit voll konzentrieren oh, ich kann nicht sind wir wieder blieben ja, dann das ist nämlich grad welcher das ich mal lieber nicht Böse zugesetzt diesmal warst du der erste Schiff, oder? an die Scheiße, Taddeus war frisch und blut ja ja ich hab dich voll gebettelt, ey ich hab dich voll gebettelt, ey nimm deine Position ein, oder? wow, das erste war schon schwer, ey sprang zu dieser Position so, ich warte lieber auf dich ne so, ich warte lieber auf dich ne alleine manche ich nicht ohne Unterstützung von vielleicht gar nicht mal so schlechte Idee oh, guck mal ja, komm, da ist ein Nahkämpfer der granaten schmeißt Jörn meiner steht genau da drinnen bewegt nicht das hat er denn das hat so dass sie den Kanadern sie ist nun mit klären kann ich glaube ich habe mich allein ist mein Tag und auch wieder freundlich ist es aber ich gucke mich erkunden ein wenig Taddeus kann sehr schnell sie machen also schon ein paar Polen stellungswechsel ich habe jetzt auch denn wenn so das versorgen wieder wieder meine gesündigkeit